hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute habe ich gedacht ich mach doch mal wieder einen vlog aber ich versuche ihn heute kurz zu halten weil sonst dauert das hochladen immer so lang hier seht ihr den elias und die kleine emma ja viel spaß dabei bin ich im bad und ihr seht ihr schon das chaos ich bin heute am aufräumen und putzen und ich habe einen teil der bühwe bereits gewaschen da liegt auch schon etwas ich habe den boden gewischt jetzt werde ich mal weitermachen und dann zeige ich euch gleich was ich alles schon geschafft habe und dann später ziehe ich noch an der kleine um so dann ziehen wir jetzt mal den kleinen elias um aktuell hat dieses tolle outfit dann ist es ein wenig zu groß so ein bisschen pump mäßig aber ich finde das zu süß um es weg zu geben es hat größe 62 68 glaube ich also schon ich habe nie ist 62 aber ja ein bisschen zu groß aber man weiß ja nicht die babys passen nicht langen 62 und auch nicht langen 50 außer man hat ein ganz kleines aber ein bisschen größer dann die erwachsenschnellung geht dahin das ist doch am wichtigsten so die ziehe ich jetzt aus das wickelbördchen lasse ich an das recht kalt ist genau ich ziehe jetzt dieses jahr an fix sony kann ich nicht die marke aber ich finde dass die hat so schöne ich mag auch graue also ich mag reiche aber so genau ich wollte euch noch sagen dass ihr jetzt dann wahrscheinlich etwas länger auf die nächsten videos warten müsst es kann aber auch sein das stimmt nicht je nachdem wie ich drauf bin wenn ich aktuell in der prüfungsphase bin sprich ich muss gerade sehr viel lernen und da steht natürlich dann lernen vor video machen und dann gehe ich auch die zeit einfach mit denen auch mal ohne kamera das heißt ich habe selber mal nur auf dem arme oder so und filmen brauche ich das ja nicht ich habe halt einfach auch wenig zeit umzuziehen nur als kleine ankündigung so nicht wundern er hat jetzt normale windeln an und ich muss seine stoffe noch waschen wenn ich habe geschlossen das sind schon anderthalb wochen ich wasch komplett die ganzen babysachen einfach wellen die ich so staubig mittlerweile waren und ich habe teilweise habe ich die sachen noch gar nicht gewaschen ich habe jetzt beschlossen neue sachen werden immer erst gewaschen das mit dem staub hat den hintergrund wenn ich ja so schlimm allergisch bin gegen staub der so aufpassen muss ständig genossen habe auch wenn ich mit denen was gemacht habe und jetzt ist es schon viel besser also wahrscheinlich bleibt das auch an dem so und ist das outfit nicht cool ich liebe dieses outfit mit dem frosch da steht drauf always a good day at the lake genau nur das noch zu meinem video aufkommen und danach wird es auch definitiv wieder besser ihr könnt mir gerne schreiben was ihr sehen wollt was ihr euch wünscht ich habe ja noch vor dann wieder mal noch ein nähvideo zu machen ich hoffe ich bekomme das hin ja so jetzt ist der kleine mann hier auch angezogen nie oh ich sehe ich ihn gar nicht wir könnten ihm noch die haare etwas besser machen wir hätten er hat ja gar in dem und irgendwann muss ich mir vielleicht mal überlegen ich muss mit verbessern zu lassen. Aber hergehen könnte ich Ihnen niemals. Mein Lieben, Elias. So. Dann müssen wir jetzt weitermachen mit dem Aufräumen. Das Basel ist dann jetzt mal soweit fertig. Dann bis später. So sieht nämlich im Moment meine Kleidungsküste aus der Kleinen. Ich räume jetzt mal ein paar Sachen ein. Ich weiß sogar nicht, ob er gar kein System stehen irgendwie. Aber ja. Wie gesagt, ich habe jetzt alles noch nicht alles gewaschen. Ein Teil, aber ich habe so viel. Ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt so ein bisschen. Man braucht gar nicht so viel. Aber irgendwie komme ich nicht ganz klar, wo ich was hin tun soll. Ich habe aber immer noch einiges zusammenzulegen. Ich denke, das beschreibe ich wieder. Ich habe jetzt vorhin gelernt. Genau. Ich zeige euch mal noch den kleinen Teiler. Der ist hier hinter mir. Der hat im Moment dieses diesen Body an. Viel zu lang und groß, aber ich finde, der sieht so süß aus. Mit diesem mit dieser Hose. Mit diesen Socken. Herzig, ne? Mein Wurm. Ein kleiner Schatz. Ja, ich weiß es noch gar nicht, was ich noch alles mache. Ich muss mal gucken, dass hier mal noch ein bisschen mehr Ordnung herrscht. Aber ich denke, ich ziehe nachher noch den Teiler mit euch zusammen, um dass ihr das noch mitbekommt. In dem Fall bis später. So, dann ziehe ich jetzt noch meinen kleinen Schatz um. Er bekommt etwas anderes an. Und dann nehme ich euch jetzt kurz mit. Genau, den Body ziehe ich ihm auch aus. Er hat darunter noch ein wie so ein Unterhemdchen, so ein Hemdchen. Das werde ich ihm anlassen. Genau, vollgeschickt, die Wickelbodys. So, ich lasse du. Ja, mein Dinger-Schatz ist ja beweglich geworden. Genau, also er kriegt die gleichen Socken wieder an. Weil durch das Waschen habe ich erst drei Paar. Oder vier vielleicht. So kommt und eine Stromfose oder so. So kriegt er die jetzt wieder an. Ich muss unbedingt seine Minis waschen. Diese H&M-Hose. I love Mom and Dad. Das ist, glaube ich, Größe 50. Das sind kleine, aber die passen sowohl ihm als auch dem Elias. Elias ist etwas eng, bei ihm ist es etwas locker. Aber das passt. Bei ihm gehen sie natürlich quasi bis hoch. Manchmal wünsche ich mir, dass er etwas größer wäre. Aber gut. Ich finde halt sein Gesichtchen so toll. Deshalb habe ich ihn ja also nochmal so einen kleinen Wurm würde ich mir nicht kaufen. Ja, ich weiß nicht, man möchte ja nicht so in echt so ein kleines Kind. Deshalb eben wünscht sich ja, dass sein Kind so lange wie möglich im Bauch bleibt. Und deshalb ist das ein bisschen schwierig der Größe. Aber er ist so herzlich. Er hat so ein süßes Gesicht. Die Mama hat mal gemeint, er sieht etwas aus wie ich, als ich auf die Welt kam. Ich war nur ein bisschen zu früh. Also drei Wochen ist nicht früh. Aber nicht normal. Ich war halt etwas klein. Genau. Und ich hatte anscheinend auch solche Ohren und sah wohl vom Gesicht her ähnlich aus. Weiß nicht, auf den Bildern sieht er sich nicht so. Ich hatte natürlich im Gegensatz zu ihm Haare. Ja, ich hatte einige Haare. Also man hat es schon gesehen. Auf den Bildern. Genau. Aber deshalb mag ich ihn so gern. wie er so toll aussieht. Wäre er nur größer. Naja. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.